hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel war and magic ich habe das gestern schon mal angefangen zu spielen gestern habe ich probiert meinen alten account zu suchen ich habe meinen account gesucht aber ich habe es nicht geschafft nicht gefunden deswegen musste ich gestern von neu anfangen habe allerdings vor paar minuten gespielt hatte ich keinen baum mehr gehabt weil das sind ja solche spiele wie ich die nicht so gerne mag trotzdem sind sie hier immer auf der liste dabei und na was heißt auf der liste auf der ticketjagd sind sie immer dabei und da muss ja die spielen sonst kriegt die zehn minuten nicht mein ticket nicht deswegen ach was ist jetzt hier los deswegen muss ich jetzt wieder war and magic spielen was wollte ich jetzt noch machen warte mal ja zum morgen erst ok dann bauen wir mal den bauernhof eine sägemühle packen wir mal da hin und was machen wir jetzt noch militär knallen wir einfach alles hin hier alles egal kein platz mehr was so ein mist ich brauche also mehr platz ich brauche das passt das passt noch was hin militär was führt jetzt noch ok kap signiert kap signiere ich ich ja ich Ja. Drücken wir uns mal hier schön durch. Okay. Dann. Das können wir auch nicht bauen. Das passt doch perfekt hier. Wow. Guck mal, kann ich gleich auf... Machen wir gleich. Erstmal bauen wir das dann noch hin. Zack. Forschen. Was soll ich forschen? Nochmal. Militär. Kloster. Kommt auch noch rein. Jetzt mache ich hier noch einen kleinen Weg hin. Deko. Ein Pfad. Schön, oder? Dann schauen wir mal, wo wir hier die Sachen so noch unterklingen können. Damit es auch einigermaßen schön aussieht. Wie sieht es denn schön aus? Ja. 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 Ach, ich kann gar keinen Pfad mehr bauen. So ein Mist. Ach so. Ja. 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 Ich werde angegriffen. Waaat? Kämpfen. scherad. Du. Ja. 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 Du. 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 Und mit zwei. Ja, ich kann auch gleich meine Fähigkeit benutzen. Ja, ich kann auch meine Fähigkeit benutzen. Ja, ich kann auch meine Fähigkeit benutzen. Ich kann auch meine Fähigkeit benutzen. Ah, mein Vampir ist down. Ah, ich habe doch schon hier meine Fähigkeit. Super. Ja, ich drück doch drauf, was soll ich noch machen? Ach je. Dann kommt jetzt das Kloster. Ja. Ja. Oh, noch ein Kampf. Jawohl. Ah, der geht doch schnell. Autokampf. Gut, da haben wir Autokampf rein. Ja. 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 Wow. Das war's. allianz erstellen Wie viel Gold habe ich denn? Lord, mit Stadtteil, Level 8, müssen 150 Käufe zahlen. Oh, wenn ich Level 8 bin, kann ich kostenlos eine Allianz erstellen. Da warte mal noch. Stellung, wo soll ich denn was hinbauen? Ist doch alles schon voll. Ach je. Ich könnte wieder alles zusammenschieben. Dann habe ich bestimmt wieder ein bisschen mehr Platz. Ach so. Ich weiß nicht. Wir sind gerade frei. Okay, wenn das so auch geht, dann Militär lieber, ne? Stallung. Ach, wo soll ich die hinbauen? Mensch, das kann doch nicht sein. Ich muss ne Botschaft bauen, aber? Kein Platz. Okay, fangen wir mal hier an. Wir bauen jetzt die Stadt ganz neu, ja? Fangen wir mal mit das Ding an. Dafür machen wir jetzt hier eine Straße. Platz. Und jetzt Einmal so eine Linie durchziehen. Aber den dann auch, ja. Gut. Gut. Okay. Dann haben wir noch die Akademie. Das Lagerhaus. Nochmal eine Straße hier reinsetzen. Ach, wir können dann noch. Den haben wir kurz weg. Wie ist das? Wie ist das? Hmm. Ach, so ein Mist. Das mache ich hier. Ich habe einen Knicken-Optik. Ach. Ah. Na gut, das war es erstmal das Stehen. War ja klar. Wie kann man das am besten so aufbauen, dass man kein Platz verschwindet? Mensch, ich verschwende schon wieder voll viel Platz. Kaserne. Schießplatz. Stallung, die Militärgebäude hier. Da passt er schon gar nicht mehr rein, siehste. Das passt da rein. Ah, schon wieder kein Platz. Ach, nee, nee, nee. Kloster. Lassen wir das erstmal da hin, ziehen wir das hier nach unten, den auch. Lassen wir das. Lassen wir das. Lassen wir das. Lassen wir das. Und den letzten. Lassen wir das. 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 Oh, ich getseh. Ah, scheiße, zwar noch Gold, so ein Mist. Oh, hab ich doch frei gekauft. So, ein Mist, alles entfernt. Guck mal, wie viel Platz ich jetzt habe. Okay, fangen wir noch von neu an. Wir haben ja nichts vor heute, außer gleich arbeiten in ein paar Minuten oder ein paar Stunden. Hier ist die Stadthalle, jetzt haben wir sehr viel Platz, das ist gut. Versammlungspunkt. Und, das ist mal da hin. Das Versammlungspunkt muss in der Mitte sein. Das Versammlungspunkt muss in der Mitte sein. Das Versammlungspunkt muss in der Mitte sein. Hier die Felder, hier die Holzfelder in der Nähe vom Wald. Eine Akademie. Lagerhaus packen wir mal hier oben hin. Dann haben wir noch hier erste Hilfe. Die beim Verletzen sich am meisten wahrscheinlich auf dem Feld und Holzfäller und die Krieger natürlich im ersten Fall. der Marktplatz muss auch da sein, wo der Versammlungspunkt ist oder so besser gesagt. Was? Reiselager? Laden? Riesen? Was? Reiseladen? Reiseladen? Reiseladen. Na ja, okay, der kommt hier noch unten irgendwo hin zum Tor. Oh, das passt nur mit dem Weg. Perfekt. So, Gasthaus. So, Gasthaus. Okay. Die Kaserne. Ja, die packen wir da unter der Akademie. Schießplatz auch. Kloster. Auch dahin. Stallung da drunter. Das möchte man ja nicht in der Nähe bei sich haben. Denke ich mir meistens. So. Der Wachtturm. Der kommt nach. Da oben hin. Oder nach da unten. Da oben ist schon gut. Bisschen weiter runter. Okay. So. 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 Okay. Okay, machen wir so. Jetzt bauen wir hier wieder den Weg. Bis zum Wachtturm. Dann bauen wir hier den Weg. Okay. So. Hier den Weg ganz runter. Okay. 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 Das wird doch nicht alles verbunden. Okay. 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 Das ist der große Platz. Vor dem Versammlungsplatz. Vor dem Versammlungsplatz natürlich. Jetzt bauen wir noch die Botschaft. gut. Das sieht doch scheiße aus da. aus. 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 Auf Level 4 geht's fertig. Okay, da kostet mir so viel Gold. Ich habe nur 200. Ich finde es ist die Statue, wird immer mehr Golder, kann das sein? Da soll ich hin, besuchen. Ei, ei, ei. Ich werde angegriffen. Ich werde angegriffen. Was soll ich schnell machen? Erstmal hier, Autokampf drinnen, schön. Der erste Daun. Ich bin. Ich bin. Okay. Nein, ich werde angegriffen. Ich werde die Statt betreten. 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 Okay. Ich werde die Statt betreten. Daher kann man die Statt betreten. Ich werde die Statt betreten. Ich werde den Statt betreten. So wirst du den Statt? Das war's. Das war's. Das habe ich Gold bezahlt. Was muss ich denn jetzt machen? Ach ja. Frei ist gut. 14 Minuten. Okay. Dann bauen wir hier nochmal schnell die Schmiede. Irgendwohin. Zack. Oder auch nicht. Okay. Oder auch nicht. Digger. Oh, ich kann nochmal 50 Straßen bauen. Das ist ein großer Platz. Das wird ein großer Platz. Ja. Das ist ein großer Platz. 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 Obwohl brauche ich eine Verbindung dahinter. Leute müssen ja auch wieder hingehen. Da sind noch zwei Straßen übrig. Ich... Wo knall ich die rein? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. noch was hier ich glaube nicht ich würde sagen das war es für heute ich kriege schon kopfschmerzen von den ganzen baunen hier akademie noch auf 5 ok ich bin jetzt der vip kann ich jetzt die gebäude bauen jetzt kann ich bauen ist doch nice jetzt gut haben wir alles das ist noch ich wollte doch aufhören doch Mensch nein ach jetzt habe ich wieder gold bezahlt das ist doch alles ich wurde verflogen oder meine einheit das hat gesagt jawohl ich bin kopfschmerzen ich bin kopfschmerzen ich bin kopfschmerzen 45 Minuten, schön, ach ich muss auch die Dingens alle einsammeln hier. Mein ganzes Geld oder Brot und Holz besser gesagt. Und der letzte täglichen Mission habe ich noch nichts, schön hält, jetzt verwenden, verwenden, Fähigkeiten hat er auch. Drei Geschenke bekommen, ok, alle löschen. Ist das da was? Ne, gut, das war's. 42 Minuten noch warten hier, dann ist meine Burg ein weiter. Gut, was ist da oben noch? Nichts besonderes, nichts für mich. Oh, doch, hier. Hier ist was für mich. Ne, der nicht. Obwohl, doch, da ist ja doch was. Jawohl. Gut, wir haben alles gut, hoffe ich. Das ist jetzt meine schöne kleine Stadt. Und ich werde jetzt hier rausgehen. Tada, rausgegangen. Jetzt werde ich mein Ticket abholen und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.